Bruder, ich bin total überfordert mit meinen Finanzen. Ich weiß nicht mehr, wohin mit meinem Geld. Also, ich weiß nicht, wie ich mein Geld richtig anlegen, sparen, investieren oder effektiv vermehren kann. Hast du einen Tipp für mich? Klar, mein Kleiner. Aber bevor es losgeht, hau auf den Like-Button und lass ein Abo für unsere Arbeit da. Also, hast du schon mal von dem Buch das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, von Thomas Kiel und Mona Linke gehört? Es ist ein großartiger Ratgeber, der die Grundlagen der Finanzen und des Geldmanagements vermittelt. Es zeigt dir, wie du deine Finanzen in den Griff bekommst, Schulden abbaust und sinnvoll investierst. Keine Sorge, das Buch ist wirklich verständlich geschrieben. Es erklärt komplexe Finanzthemen in einfachen Worten und gibt praktische Tipps, die du sofort umsetzen kannst. Jetzt ist die Frage, wie kannst du sicherstellen, dass du nicht in Finanzfallen tappst? Halte dich einfach an folgende Anleitung. Entwickele ein finanzielles Bewusstsein. Verstehe deine aktuellen finanziellen Verhältnisse. Erstelle eine Übersicht über Einnahmen, Ausgaben, Schulden und Vermögenswerte. Setze dir klare finanzielle Ziele. Erstelle ein monatliches Budget. Unterscheide zwischen notwendigen Ausgaben und Luxus. Spare regelmäßig einen festen Betrag oder Prozentsatz deines Einkommens. Priorisiere Schulden mit hohen Zinsen. Vermeide neue Schulden, insbesondere Konsumschulden. Nutze Schneeball- oder Lawinenmethoden, um Schulden systematisch abzubauen. Verstehe die Grundlagen der Investition, Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe. Beginne mit kleinen Investitionen, um Erfahrungen zu sammeln. Diversifiziere dein Portfolio, um Risiken zu minimieren. Investiere regelmäßig, beispielsweise durch einen Sparplan. Bleibe bei Marktschwankungen ruhig und vermeide impulsive Entscheidungen. Reinvestiere Dividenden und Zinsen. Investiere in deine Bildung, um dein Einkommen zu steigern. Bleibe auf dem Laufenden über finanzielle Trends und Möglichkeiten. Nutze Ressourcen wie Bücher, Seminare und Online-Kurse. Und vor allem diesen Kanal, den du unbedingt abonnieren solltest. Umgebe dich mit finanziell klugen Menschen. Suche Mentoren und lerne von ihren Erfahrungen. Nutze Netzwerkveranstaltungen, um Investitionsmöglichkeiten zu entdecken. Suche nach Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ohne aktiv zu arbeiten, eventuell durch Mieteinnahmen oder Dividenden. Automatisiere Einkommensströme, wo immer möglich. Vermeide den Drang, luxuriös zu leben, nur weil dein Vermögen wächst. Überprüfe regelmäßig deine finanziellen Ziele und passe sie bei Bedarf an. Feiere Meilensteine, aber bleibe fokussiert auf das langfristige Ziel. Überprüfe dein Portfolio und deine Investitionen regelmäßig. Passe deine Strategie an veränderte Lebensumstände oder finanzielle Ziele an. Sei offen für neue Investitionsmöglichkeiten und Strategien. Jau, nice. Das klingt wirklich hilfreich. Ich denke, ich werde dem Buch eine Chance geben. Ich möchte wirklich ein solides finanzielles Fundament für meine Zukunft aufbauen. Max, das ist der Geist, Anna. Mit dem richtigen Wissen und den richtigen Werkzeugen kannst du sicher und selbstbewusst mit deinen Finanzen umgehen. Das ist der richtige Geist, mein Kleiner. Mit dem richtigen Wissen und den richtigen Werkzeugen kannst du sicher und selbstbewusst mit deinen Finanzen umgehen. Und du da draußen, schreib uns gerne einen Kommentar, was wir für dich tun können. Welches Buch willst du in 100 Sekunden verstehen? Schreib es rein, teile die Videos und hilf uns dabei, den Algorithmus zu besiegen. Klatsch den Like-Button im Rhythmus und tanz zu dem Beat. Bis zum nächsten Mal.